5Leaks Event 22.7 für die dritte Liga ist eine aufsteigende Ladder 4Time, bestehend aus Dumpbell Cleans und Wall Walks. Das Workout startet mit zwei Dumpbell Cleans und einem Wall Walk, gefolgt von vier Dumpbell Cleans und zwei Wall Walks. Die Cleans erhöhen sich in jeder weiteren Runde um zwei und die Wall Walks um eine Wiederholung. Die letzte Runde endet mit 20 Dumpbell Cleans und 10 Wall Walks. Das Workout hat ein Time Cap von 20 Minuten. Der Score ist deine benötigte Zeit. Schaffst du das Workout nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit, ist der Score deine absolvierten Wiederholungen vor Ablauf des Time Caps.